Ich kann gar nicht mehr weitergehen, die sind einfach nur bis hierhin gefahren. Hallo, mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, ich sitze hier heute nicht alleine, wie so häufig in meinen Videos, sondern ich habe mir einen Gast geholt, der so auf meinem Kanal noch nie vertreten war. Ich bleibe sogar gesorgt, damit du die ganze Zeit ziehst und es bekommst ist Rezo! Rezo! Wuuu! Okay, ja. Okay. Wir befinden uns hier, meine Damen und Herren, ihr seht es schon, in, äh... In Google Street View. In Google Street View. Was denkst du, wo wir uns befinden? Darf ich mich ein bisschen weiter umgucken? Nur von dem hier. Das würde ich, würde ich die USA sagen. Das ist die USA. Wir befinden uns hier in Google Street View und wir bekommen abwechselnd fünf Chancen, ähm... Für Mexiko ist die Straße zu geil. Halt dein Maul. Grundsätzlich für Südamerika ist die Straße tendenziell ein bisschen zu gut. Halt einfach dein Maul. Was steht da? 90. Also kann es ja wohl nicht, nicht Europa sein. Doch, es gibt 90er-Schilder teilweise. Gibt es 90er-Schilder? Es gibt 90er-Schilder. Ach, Quatsch. Jeder von uns wird fünfmal irgendwo in Google Street View reingeschmissen in irgendein Land, und irgendwo im Meer... Okay, im Meer nicht. Das wäre hart schwierig. Das wäre nicht Street View. Das wäre nicht Street View. Das wäre dann... Pacific View. Pacific View? Water View. Auf jeden Fall schauen wir dann, wer wie weit von seinen fünf Orten entfernt war mit seinen Raten... Ratung... Ratungen? Das Ratenden... Das Ratenden... Das Ratenden... Robben. Ja. Robben. Dann addieren wir diese Werte zusammen und wer am Ende weniger... Was hast du Addieren gesagt? Ist das nicht zu... Fremdwort? Das ist... Addieren? Weil, wisst ihr was Addieren ist? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt alle Addieren in die Kommentare. Wir zählen dann nachher die Werte zusammen. Wer am Ende quasi weniger weit von seinen Orten entfernt hat, entfernt war, hat diese Challenge gewonnen. Ich kann nicht mehr reden, wir fangen ran. Lass schnicken wer anfängt. Weil das ist echt ein blöder Ort. Ohne Brunnen aber. Ohne Brunnen und ohne Gewitter. Wie sieht Gewitter aus? Das ist Gewitter? Ja. Boah, wir sind voll Mindgames. Okay, nochmal. Was denkst du, wo befindet sich dieser Ort? Muss ich das jetzt sagen? Du musst das jetzt sagen, das ist jetzt dein Ort. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube er befindet sich... Darf ich ein bisschen rumgehen? Klar, du kannst auch so weit fahren bis du in Köln bist. Okay, das Video dauert ein bisschen länger. Radar. Das hilft natürlich. Es ist wahrscheinlich nicht Russland. Oh. Das ist auf keinen Fall die USA. Das ist auf gar keinen Fall. Aber ich wüsste nicht, was das ist. Vor allem, was ist das für ein Schild? Wie fahren die denn? Dönesü. Ja, guck mal. Was ist das für eine Straße? Also in 200 Metern kommt Oudönesü. In 200 Metern kommt Oudönesü. Das heißt, jetzt sind wir plötzlich, halte ich mich nicht mehr, also ich würde jetzt nicht mehr die USA sagen, sondern eher so Türkei, aber für Syrien sind die Straßen wieder zu gut. Ich würde Türkei denken, auf jeden Fall auch wegen der Sprache. Wenn ich denn Dönesü wäre, nicht die östliche Türkei, weil da haben die weniger Geld und da sehen die Straßen nicht so hübsch aus. Genau da, okay, jetzt klickst du auf Make Guess und du bist 306 Kilometer. Das ist ultra gut. Das ist mega gut. Okay, das ist krass. Das war jetzt mein Guess hier oben links, oder was? Das war mein Guess, weil hier bin ich ja mitten im Park. Werden wir gleich. Nee, das war dein Guess, oder? Ich weiß es nicht genau. Das heißt, wir schreiben jetzt 306,8 Kilometer auf. Das war Rezos erster Guess. Das war aber Glück, dass da so viel Lüster war. Aber das war richtig gut. Did you enjoy this location? Fandst du das Gute? Ja, sehr, sehr. Das war eine sehr geile Location. Thank you for improving the game. Mensch, klasse. Ey, das ist nicht wahr. Das ist der Westerweite. Das kann alles sein. Ich habe gehofft, ich kriege jetzt den Eiffelturm oder so. Das kann alles westlich von mir quadern sein. Guck mal, ich kann gar nicht mehr weitergehen. Die sind einfach nur bis hierhin gefahren. Bei mir war es ja auch nichts, aber plötzlich dieses Ü-Dü-Dü-Dü. Ja, du warst auf einer Straße. Straßen sind dementsprechend... Ja, aber du bist auch auf einer Straße. Was ist denn das für eine Straße, wenn hier ein Schild steht? Warum gibt es so auch Street View davon? Bei uns gibt es das nur so in großen Städten. Ja. Weißt du, da gibt es das halt im Wald. Ey, wo bin ich? Ey, das ist doch nicht wahr. Guck dir das mal an. Hier ist weit und breit nichts. Ich finde keine Zivilisation. Dahinten sind ein paar mehr Berge noch, aber das verlieren wir auch nicht. Du wirst das jetzt wahrscheinlich ziemlich runtercutten, aber wir machen das hier. Seit einer Viertelstunde laufen wir diese Straße entlang und es passiert nichts. So, Freunde, wir laufen jetzt seit einer halben Stunde hier lang. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Ey, wenn wenigstens ein Schild kommen würde. Aber schau dir das an. Schild! Boah! License number... Es ist auf jeden Fall Amerika, würde ich sagen. Okay, ich geh mal... Komm, damit bist du sehr, sehr... Ich geh mal in die USA. Auf jeden Fall. Oder ist es Kanada? Oder ist es Kanada? Die Wälder mit den Bergen? Ich glaube, ich geh mal einfach... Ich darf jetzt keine Tipps geben. Ey, bei so einem Scheiß kann man schon mal einen Tipp geben. Also das ist entweder nördlich in den USA oder südlich bei Kanada. Weil ich glaube, nördlich bei Kanada sieht es nicht mehr so sommerlich aus. Aber auch südlich in den USA sieht es nicht mehr so aus. Das heißt, wovon der Grenze es ist, das kann natürlich beides sein. Ich sag hier, es sind 720. Sehr, sehr gut. Das ist das Allerschlimmste. Das heißt, es wäre noch weiter Kanada gewesen. 723,4. Mach mal DT & George's Location. Nee, nee. Nee, das war ganz, ganz doof. Ist ja mitten im Wald. Du hast schon wieder eine Straße. Ich hab... Ja, komm. Hier ist aber auch nix. Ja, aber da kommen gleich irgendwelche Autos. Dann kannst du auf die Autolub-Kennzeichen gucken. Ich glaube, das ist Australien. Das sieht sehr australisch aus. Ich weiß aber nicht mal, ob die frontal sind, die Autos. Also fahren die in diese Richtung? Das sehe ich nicht mal. Naja, der hat einen Anhänger, ne? Also die werden auf einer linken Straßenseite fahren. Fucking linken Straßenseite. Muss ja Australien sein. Ja, eigentlich schon. Nach England sieht das nicht aus. Das ist das Blöde. Australien kann man... Da ist ein Schild. Dreh ich mal um. Auf der rechten Seite. Da, da, da. Ja, es ist safe Australien. Es ist safe Australien. Es ist, ja, irgendwo im Outback oder wie das heißt. Fire Danger Season. Ja, das Ding ist aber, Australien ist halt so groß. Die Fläche ist halt so groß. Australien ist einfach größer als Europa. Ja, ist fucking groß. Das ist unfassbar. Das heißt, die Einschränkung Australien hilft semi weiter. Wäre weniger. Krass wäre halt, wenn jetzt so ein Schild kommen würde. Sie befinden sich gerade 100 Kilometer vor Sydney. Aber 100 Kilometer vor Sydney sieht es nicht so aus. Ja toll, als ob ich jetzt wüsste, wo Mundora ist. Das heißt, wir wissen doch schon mal, es ist wahrscheinlich Australien. Ich kenne mich jetzt in Australien nicht so aus, wo es eher so wüst aussieht. Ich glaube aber eher in diesem Teil von Australien. Und hier ist es eher... Sieht man doch auch. Hier ist es ein bisschen grün. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder 300 Kilometer. Und wir haben 953,8 Kilometer. Es hätte schlechter laufen können. Es hätte schlechter laufen können. Wir haben das Ganze mit Max schon mal aufgenommen. Und da hatten wir alle vierstellige Kilometerzahl. Echt? Das hatten wir jetzt noch kein einziges Mal. Das heißt, weil wir smart sind. Weil wir smart sind, ja. Wir sind extrem smart. Keiner von uns ist besser in Orte... Im Dingen. Ja. Im Leben. Allgemein in allem. Leben im Google... Wir sind so bescheiden auch. Das braucht uns keiner nach. Und wir fanden das auch ganz toll da. Ja, das war schön. Freunde, wir machen das übrigens jetzt nur so, dass jeder drei Versuche hat, weil wir ein bisschen Zeitpunkt haben. Weil wir gerade in Kanada eine halbe Stunde lang da gefahren sind. Weil wir gerade in Kanada eine halbe Stunde gefahren sind. Wow! Das ist ganz gut eigentlich. Ich habe da hinten eine Stadt. Oh! Da haben wir sogar Autos, aber... Das ist schade, dass es geblurrt ist. Ja, das ist schade. Sonst könnte ich da drauf gucken. Die Schilder sehen europäisch aus eigentlich. Doch, sehr, ja. Warte, wieso sind wir denn auf einmal hier? Ich glaube, da war ich schon mal. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es sieht so aus, als wäre es direkt bei uns nebenan. Ja, aber das waren... Die Schilder waren ein bisschen anders. Aber die Autos, die hier rumfahren, sind auch nicht so richtig deutsche Schild... Ach! Deutsche Schilder, ja. Die Autos sind keine deutschen Schilder. Also von der Farbe, dass hier was blaues ist und so, das ist ja nicht in allen Ländern so. In vielen von den... Ist das nicht nur bei der EU so? EU so? Ja, also dass das EU ist, das habe ich mir auch schon gedacht. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen Tschechien, Polen, irgendwie da so. Wow, 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 wow! Selina. Wahrscheinlich Polen. Du bist in irgendeinem Ostblock. Also ich würde sagen, Polen, irgendwo da, ich gehe mal hier rüber in die Ecke, Polen, Slowakei, irgendwo hier, Tschechien, ich gehe mal hier genau, genau da mitten. Deswegen make a guess und wir sind 402 Kilometer. Es ist sehr, sehr gut. Es ist gut. Wir waren in der Nähe von Prag. Ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt gerade gleich auf. Du hast so 1200, ich habe so 1100 Kilometer. Es wird noch spannend, Freunde. Okay, fandst du das gut oder schlecht? Ja, gib mal vier Sterne, gib mal vier, ja. Bunga Mavar, Portas. Portas hört sich spanisch an. Ja, sieht auch ein bisschen spanisch aus. Südamerikanisch? Ja, aber ich glaube eher Südamerika irgendwo da. Cola gibt es auch überall, das hilft mir auch nichts. Ich glaube wirklich irgendwie so Argentinien, Brasilien, da vielleicht irgendwo, also Südamerika. Ah, das ist mein Onkel, der wohnt in Argentinien. Okay, ich kann jetzt nicht in die Straßen noch viel weiter lang gehen. Ich glaube, du kriegst auch keine größten Anhaltspunkte mehr. Aber es ist auf jeden Fall Südamerika. Es ist auf jeden Fall Südamerika. Also es ist so eine Mischung aus Spanisch und Spanisch. Das ist natürlich auch sehr groß, oder? Fuck, das kann halt ganz Südamerika sein. Peru, Brasilien, Bolivien, da irgendwo da. Das ist so eine Distanz jetzt, ich könnte jetzt wieder... Oder Köln. Hä? Okay, wo hättest du gesagt? Und vor allem ist es deine letzte Chance, wo ich gesagt hätte, Köln. Hä? Oh! Fuck! Oh mein Gott! Nein! Was? So viel Fall Südamerika. Es ist... So ein Donkopf, ey. Dann schreiben wir hier mal 18.597,6 Kilometer auf. Es hat mir sehr, äh, nicht so gut gefallen, weil ich ja verkackt hab. Also zwei oder ein Stern? Einen. Einen? Das hat mir das Spiel gekostet. Ja. Natürlich kriegst du einen Stern. Ich war so richtig, oh Gott, er ist jetzt locker in Südamerika und hat wieder so eine richtig krasse Zahl, so 100 Kilometer oder irgendwie so. Also das ist jetzt mein letzter Ort, Freunde. Die Bilder, muss ich sagen, sind komplett beschissen, also von Google. Es sieht so aus, als wären die da direkt zu Beginn von Google Street View irgendwie hergefahren, weil es sieht echt nicht so... Was ist das? Ey, das kann überall sein. Shit. Es kann sein, dass ich jetzt auch 18.000 Kilometer habe. Genau, das kann auch... Ich fände das voll interessant, wenn man mal irgendwie in eine Großstadt gesetzt wird oder so, aber das passiert ja halt selten. Ja. Aha, was haben wir denn hier? Einen Pöller. Ja. Die gibt es nur in Köln. Geil. Das ist ein Haus. Was ist denn das für ein Haus? Wie sind die gebaut? Weißt du was? Weißt du was? Ich schaue mich gar nicht mehr weit um. Ich zoome nicht mal ran. Ich sage einfach... Ich mache es auch mit geschlossenen Augen. Okay. Drei, zwei, eins. So. Nein. Okay. Südpol oder was? Perfekt. Okay, ich habe es gesagt. Aber... Stell dir mal vor, jetzt ist Australien. Das ist gar nicht so weit weg. Ja. Also, so weit in Relation zu mir. Ich habe gesagt, dass ich das mache. Das heißt, make guess. Und es sind... 5000 Kilometer! Stell dir mal vor, jetzt ist Australien. Das ist Australien! Oh mein Gott! Okay, wir müssen das gar nicht mehr ausrechnen. Ich habe eigentlich auf jeden Fall gewonnen. The Rezo's Werte waren 300 Kilometer, 900 Kilometer und 18.500 Kilometer. Meine Werte waren 700, 400 und 5000. Das heißt, bei mir sind es irgendwo so um die 6.500 Kilometer, bei dir so um die 20.000. An der Stelle würde ich das Video jetzt allerdings auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, meine Damen und Herren, lasst gerne einen Like da. Wir haben auf Rezo's Kanal auch ein Video gedreht, in dem wir Musik gemacht haben. Sehr lustig. Sehr lustig. Extrem lustig. Und seit dem Track, den wir auf Rezo's Kanal gemacht haben, weint Revi nicht mehr. Und er schreit auch nicht mehr. Er schreit nicht mehr. Und er schreit nicht mehr. Also Freunde, checkt das auf jeden Fall aus. Sein Kanal ist in der Beschreibung unten verlinkt. Und jetzt kommt das Outro. Das war's jetzt hier vom Video. Das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwar andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen. Jetzt kommt dann zum Video. Eine Ahnung. Ist es euch auch achtdem mir. Weit am Anfang. gut,